jetzt moin freunde herzlichen willkommen zu einer neuen folge fernbus simulator heute haben wir zwei special gäste einmal nick schien schon abonniert man alle nicht mein hart okay keine werbung und einmal gambriss dem geht es gar nicht mehr gut der ist von valorant gebrochen ich muss ein paar clips gerade raussuchen okay sagen ruhig dann muss so wir von einmal nach also von dresden nach magneburg ja ich sehe schon gaben zwei baustellen hat das passt sogar zum video hat das musste mal immer machen du willi willi aha bei namen will hunting will ja was gibt's willi was ist da willst du was alex was für alex du willi hunting man spielst man spielst nur endlich wieder marvelo das muss ja noch was aktivieren tpm ja tpm 2.0 na ich muss es aktiviert gefragt du bist nicht witzig das kommt aber in dem video hat die doch selber nur ab zu viel erster weiß nicht mit was welchen ich nutzen soll da wünschen ist gut kannst du es mal doch mal schreiben ich übertreib jetzt komplett na keine werbung hallo und abonniert mal gambrut auch ach ich hätte ich jetzt stumm so erstmal leise stumm musste das sein machst du das bei gambrut auch so in aufnahmen was ja aber da brauchst du nicht bei mir machen warte freunde erst wieder zu leise ab jetzt zu leise geschaltet ich habe eine nachricht bekommen von wehen aber sehen nicht was er macht also keine ahnung den kann ich jetzt auch nichts zum gameplay sagen jungs ausdeckt doch wer steckt wie nach egal hat sich so geklärt stein sein muss auch die gepäck luke öffnen malzeit magdeburg ach verdammt falsches teckel gemacht aber abonniert alle nicht mein hauer auf youtube dauerwerbesendung da reinpacken ne mach ich nicht solltest dabei sowieso machen jetzt ist endlich leider nicht aber du musst ein bisschen aufpassen sonst in einem stream war schwierig weil copyright und so you know ja ich weiß es gibt nicht sagst du hallo ich stöhne gerne wollte niemand wissen glaub ich hoffentlich nachkommen könnt ihr noch mehr übertreiben ich kann nicht mehr fahren warum geht das nicht hallo was ich von meinen 1000 aces da reinpacken soll ja nicht steuerung hab ich gefressen als paul ja nee ja nee ja nee wer ist da ich hab nicht zu hören was ich von meinen 1000 aces da reinpacken ja doch irgendwie den besten nimm Alex ja was für Alex ich weiß was er meint ne ne äh nimm 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 kannst du nicht nur macht sie nicht hoffentlich später nicht später machen war alles nur schock nur ein schock du juckst jetzt world-best video deluxe plus so hat die störung nein gute frage jetzt kann ich wieder fahren so freunde ich hab's endlich hinbekommen danke auch wlan ihr moment die wlan geier das könnte von nick kommen stimmt's nick kann niemand nicht stimmen du bist du ich bin cool du bist du kam es ist nicht schwul kann man jetzt kann es auch mal was sagen ach mach du es besser schneidest du deine videos ich hab drei karte und die meinten drei karte so unfair ich hab null hallo ich hab kein geld noch nicht da werde ich mehr bieten wenn ich mehr geld hätte ach ich wurde gesplitzt schatz sie schick mir ein foto ein foto von dir ach klappe du kannst echt nicht singen du auch nicht oh die fall um ich kippe um mit dem bus mit dem ich anforschen ja weil du einfach so schlecht bist für jedes spiel hallo paluten fährt auch scheiße paluten ist bester busfahrer der welt ja ich kann besser bus fahren als paluten na gut da kannst du es ja bewerten ohne unfall von mir also einen unfall habe ich schon jetzt habe ich schon den zweiten schade jetzt komme ich nicht hin ja mein clip geht auf fixbus den muss ich einen crashen was hast du heute macke hast du hier klauen gefrühstückt lecker klauen 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 ne klauen 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 auch besser ich er kam russ er sei eingeschlafen guck auf discord dann hast du deine frage freundlich noch nicht noch nicht er ist meine tür offen ja meine tür ist wirklich offen wie vor mit offenen türen ach klauen klauen zu auf tot ich nehme mir noch gleich einfach aus meinem gerade hier mein ganzes ganzen 900 clips durch zu gucken ja ich glaube ich gerne dass er das auf die eier geht und ich habe 300 clips ich mag ja das war mir klar nicht ja manchmal eine tür zu hatte hatte du lieb freundlicher karten sorgen an wer gleich was eigentlich koppel leute ist aber scheiß drauf naja machen ja jeder lespart spotify öffnen damals halt eben so auch nettle right gott 2 die kraft werden sie die finden wenn ich singe ist das heißt ich habe immer gute laune deswegen heißt ich bin traurig oder wie gut von dir los macht dich durch heute heute kommt ein drittes video auch ich bin umgekehrt doch kommt schon oder freunde spotify ist also heute werden wir drei videos hölfen klicken also eins haben wir schon zweites kommt 16 uhr das dritte kommt glaube ich 20 uhr drei videos pro tag werde ich machen wahrscheinlich aber weiß man es war die rufen ein an hörst du mich warum redest du nicht es ist beinahe krummelt von vorne an der von hinten ist das na ups freunde krummi naja wenn er redet es ist mir nix ist mir nicht leichte unfall schreibe mir mal warum du nicht redest junger hier muss ich langsam vor freunde spielst du heute noch mein kloft ja warum warum redest du nicht schreibst mir doch mal oder ich brauche die bratpfanne bratpfanne kommen ich rede später mein bruder nervt mich wenn er weg ist ja ja das ist dein bruder oder ich muss die quali wenigstens mittelfreunde aber bis jetzt kommt gar nichts mehr wenn er weg ist sonst nervt er im hintergrund und mein bruder ist 7 8 ist doch egal der nervt nie habe doch auch schon viele getroffen die bruder im hintergrund hatten ich bin viele video games minecraft fern wo es ja mach das jetzt kann ich theoretisch nach links fahren aber das erkennt automatisch wahrscheinlich aber ich stelle mal die quali bisschen mittel ja mach einfach bist immer noch da so viel besser oder das sieht seitdem so aus aber naja was als sowas dann kommen ein paar 15 uhr 20 noch 10 30 minuten 10 20 20 17 32 wenn möglich bitte wenden wenn möglich bitte wenden bitte fahren sie noch 2000 kilometer geradeaus ich muss mit dir allerdings fahren mit der tastatur ich glaube ich hab's noch nicht sagt meine tastatur ist ja keine tastatur mit tastatur fahren weil ja mein dings lenker kaputt ist auch neu ist sonst muss ich die ganze zeit mit dir dass davon das ist er ist ist jetzt habe ich noch parker und dann guck mal wie lange freunde ich muss mal kurz was machen also bis gleich freunde ich muss kurz was machen und freunde ben klein wieder da wir wollen in frieden nicht mehr doch seitdem du hier schnell machst gibt es in frieden nicht mehr bitte sagt mir timi hat es sich jetzt gelohnt wenn es du nicht übertrieben hätte ich dich verschont steig mal weiter alles weg timi du spielst mit dir vor ich werde dein TNT zurück und danach sind wir nicht los ja das sind vielleicht so viel zumindest 0 4 vorher so freunde und und man redeste zeit egal oder im hintergrund ist auch gleich okay mach hin und sie nun muss ich weg leider hatte ich später mir 43 das wäre 55 15 minuten muss ich weg noch 130 kilometer hoch muss eine abkürzung neben freunde oder 60 quali höhe hoch stellen ich stelle mal die quali auf hoch was passiert dann drauf ultra gut das wird wer wahrscheinlich zu hoch wahrscheinlich freunde ich lade mir wieder fortnight runter das sonntags vor haben wir noch nicht mal sonntag doch haben wir montags fahrer hier 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 Ups. Und hat Klausch wie einmal Kummer, lass ich sie nicht im Stich. Ich teil mein Brot, teil mein Keks, teil mein Boot, teil mein Stich. Ich teil mit allen meinen Freunden auf dem Ort, an dem ich leb. Wir hatten gute Zeiten, aber auch mal Stress in der Stadt. Und wo das nicht gleich geklärt, dann lag ich nächtelang wach. Doch ich bin wach geworden und meine Stadt ist kaputt. Alles in Asche und Schutt, doch damit mach ich Schluss. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bye, bye Paul Berger Hills, du bleibst in meinem Herz und ich seh dich durch mein Teleskop. Ich komm vorbei, wenn ich will, die Zeit steht für mich still, doch die Insel bleibt mein Rettung vor. Seh meine Berge, seh meine Stadt, ich seh die Sterne in jeder Nacht. Meine Heimat liegt weit zurück, doch auf der neuen Insel find ich mein Glück. Das ist nur eine optische Täuschung. Okay. Bist du noch da? 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 Bist du noch da?